Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Analyse von Schalkes auslaufenden Verträgen, denn dort laufen sogar neun Papiere nach der Spielzeit aus, sprich es gibt mal wieder sehr, sehr viel zu tun und von diesen neun sind es eben auch nochmal vier Leihspieler, deren Zukunft noch unsicher ist. Deswegen blicken wir darauf, wie es aktuell von der Tendenz her aussieht. Wer geht, wer bleibt, wo stocken auch mögliche Verhandlungen? Welche Spieler verlassen Schalke nach der Saison? Lass uns reingehen in die Analyse. Unwilligen los mit Alex Kral, der zu Saisonbeginn noch als Sechser gesetzt war. Aufgrund der Sonderregel der FIFA konnte ja der Tscheche für ein Jahr ablösefrei von Spartak Moskau geholt werden, sprich es ist wie eine einjährige Laie. Beim Abstieg wird man ihn auf jeden Fall nicht halten können und selbst beim Klassenerhalt wird schwer. Deswegen geht die Tendenz hier Richtung Abschied. Er war und ist eine günstige Lösung für die Qualität, die er mitbringt für eben ein Jahr, aber halt auch zu teuer für mehr, was Ablöse plus Gehalt angeht und auch sportlich noch nicht so wirklich angekommen. Deswegen halte ich einen Abgang von Alex Kral Stand hier und heute am wahrscheinlichsten. Schalkes neuer Abwehrchef Mario Yoshida sollte ja Landsmann Ko Itakura ersetzen. Ja, bislang noch nicht so wirklich erfolgreich. Der japanische Nationalspieler spielt zwar sportlich eine sehr, sehr gute Rolle bis hierhin, ist aber eben auch schon 34 Jahre alt. Es gibt ja eine Vertragsoption, wodurch Yoshidas Vertrag um ein Jahr verlängert wird, aber es gibt jetzt auch keine wirklichen Details, wann diese Option in Kraft tritt. Sprich, ob das irgendwie an Einlässe gekoppelt ist, dass der Verein einfach sagen kann, wir wollen die nochmal ein Jahr verlängern. Da gibt es keine genaueren Infos zu. Die Tendenz ist für mich da trotzdem klar. Bei Abstieg ist Yoshida safe weg und auch beim Klassenerhalt geht es in Richtung Abgang, weil er für mich aufgrund seines Alters und dem Preis, den man für ihn zahlen musste, nämlich nichts, weil er ablösefrei kam, erstmal nur eine Übergangslösung für dieses Jahr ist. Als Nachfolger für Malik Chau kam er in der Transferperiode, Sepp Vandenberg per Laie aus Liverpool. Direkt war er ja neben Yoshida gesetzt, aber jetzt fällt der Innenverteidiger seit dem Augsburg-Spiel bis mindestens mal dem Jahresende aus. Die Laie beinhaltet ja keine Kaufoption. Liverpool plant ja auch langfristig mit ihm. Deswegen wird doch er wohl wieder gehen. Beim Abstieg ist er sowieso weg. Beim Klassenerhalt ist vielleicht eine weitere Laie nochmal möglich. Je nachdem, wie Liverpool mit ihm plant, dass man ihn kaufen kann, halte ich aktuell für sehr, sehr unrealistisch. Margin Kaminski war ja in Liga 2 Schalkes Dauerbrenner. In der Bundesliga hat der Pole ja seinen Stammplatz nach dem ersten Spieltag direkt verloren und fehlt on top jetzt auch noch verletzt. Trotzdem glaube ich, dass Kaminski im Laufe der Saison noch wichtig wird, vor allem mit dem Blick auf die anderen Innenverteidiger, die entweder nicht fit sind oder spielen und nicht gut spielen. Und ich denke mal, generell hängt von seinen Leistungen einfach auch davon ab, ob es eine mögliche Vertragsverlängerung gibt oder nicht. Deswegen ist es für mich hier noch relativ offen und die Tendenz ist fraglich. Denn mit 30 Jahren könnte auch Bayern im erneuten Abstieg nochmal wichtig sein als Führungsspieler. Und in der Bundesliga wäre ja zumindest eine solide Alternative, die man sicherlich als Backup auch von der Mentalität ja durchaus gerne halten würde. Schalke und Torhüter, das ist eine Beziehung, die die letzten Jahre nicht immer rund lief. Und Alexander Schwolo wurde ja vor der Saison von der BSC ausgeliehen, um dieser sichere Rückhalt auch für dieses Jahr zu werden. Komplett angekommen ist die Nummer 13 aber noch nicht. Durchschnittliche Leistungen kann man glaube ich unterm Strich dann am besten für ihn sagen. Und für eine langfristige Zukunft in Blau und Weiß muss da einfach noch deutlich mehr kommen. Deswegen geht die Tendenz auch hier Richtung Abgang. Auch hier ist klar, beim Abstieg ist Schwolo sowieso weg. Und bei Klassenerhalt wird man sicherlich nur dann auch selber vom Verein Interesse haben, wenn es eine klare Leistungssteigerung gibt. Und das weitere Problem ist natürlich sein Verdienst. Denn bei Hertha verdient er auch einfach zu viel. Das kann Schalke nicht stemmen. Dort läuft sein Vertrag aber auch noch bis 2025. Sprich, es wäre theoretisch sogar möglich, eine weitere Laie auszuhandeln. Was sicherlich ein Deal ist, über den man dann nach der Saison nochmal nachdenken könne. Michi Langer ist ja einer der dienstältesten Spieler auf Schalke. Hat ja von der Champions League bis zu dem Abstieg und Wiederaufstieg alles miterlebt. Und ist, wie man immer wieder hört, auch sehr anerkannt in der Mannschaft und im gesamten Verein. Auch deswegen wurde der Vertrag des 37-jährigen Vordersaison noch einmal um ein Jahr verlängert. Das hört sich in der Torwart eine Trainee-Stelle ein bei uns auf Schalke, um auch verschiedene Jobs im Klub kennenzulernen. Auch deswegen ist eine Geschichte klar. Es geht hier ganz klar Richtung Abgang als Torwart auf dem Feld. Sprich, ein Karriereende ist hier sehr wahrscheinlich plus, aber eben auch, und das finde ich gut, eine Weiterbeschäftigung im Verein. Dominik Drexler ist ja bislang einer der größeren Gewinner in dieser Saison, was man, glaube ich, vor der Saisonvorbereitung gar nicht mal gedacht hätte. Seine vier Scorer-Punkte in den ersten sieben Bundesligaspielen und dann mauern auch das nochmal. In der Aufstiegssaison ist der Drexler so ein bisschen zwischen Bank und Startelf gependelt. Vor allem auch unter Dimitros Kramotzes nicht wirklich viele überragende Leistungen gezeichnet. Und Büskens wurde das schon deutlich, deutlich besser. Und ich denke mal, auch hier hängt es beim 32-Jährigen vom weiteren Saisonvorlauf ab. Deswegen auch hier ähnlich wie bei Kaminski die Themen und die Diskussion. Und deswegen auch hier fraglich. Er ist offensiv, flexibel, einnetzbar, hat auch Bock auf den Verein. Das nehme ich ihm auch komplett ab. Bei Abstieg, Klassenerhalt, wie gesagt, ähnlich wie bei Kaminski. Wenn man absteigt, könnte man ihn als erfahrenen Anker nochmal mitnehmen. Wenn man drin bleibt, zumindest als günstige Alternative haben, ist ein Spieler, wo ich jetzt sagen würde, wenn man den Vertrag verlängert, wäre es nicht verkehrt. Wenn er aber geht und man holt sich einen anderen, jüngeren Spieler vielleicht, wäre es auch nicht schlecht. Deswegen, da hängt es sicherlich ab, welche Leistungen er noch so zeigen wird im Laufe der Saison, wodurch man dann vielleicht auch sogar gar nicht um eine Vertragsflängerung herumkommen möchte. Und sprechen wir nun über Tom Kraus. Sicherlich einer der besten Schalker Neuzugänge, der er nicht lange gebraucht hat, um in der Bundesliga anzukommen. Und seine Art und Weise, Fußball zu spielen, passt auch sehr, sehr gut zu Schalke. Der deutsche U21-Nationalhändler hat natürlich aber das Potenzial für mehr. Wenn man ihn sich mal anguckt, kann das sicherlich schon sein, dass er irgendwann mal gut genug ist für einen Klub, der international unterwegs ist. Auf Schalke würde man natürlich sehr, sehr gerne langfristig mit der Leihgabe arbeiten. Aber das hängt nur von einer einzigen Sache ab und das ist der Klassenerhalt. Deswegen ist es halt schon fraglich, ob er bleibt, weil es eben rein am sportlichen Erfolg liegt, an keiner anderen Komponenten. Denn wenn Schalke in der Liga bleibt, dann muss man ihn ja sogar, unabhängig davon, ob er überzeugt oder nicht, stand jetzt überzeugter, für circa 4 Millionen Euro verpflichten, weil eben das die Kaufverpflichtung ist, wenn man die Klasse hält. Steigt man ab, gibt es diese Option natürlich nicht mehr, dann endet die Leihgabe ganz normal. Natürlich könnte man dann so mit RB verhandeln, aber ich glaube, dann würde Kraus weiterziehen und möglicherweise auch weiterhin erstklassig spielen. Deswegen auch hier, wie so oft bei den ganzen Entscheidungen, hängt es am sportlichen Erfolg ab. Hier natürlich erst recht, bleibt an der Liga, wird er auch automatisch fest verpflichtet. Zu guter Letzt haben wir noch Simon Terodde. 30 Spiele letztes Jahr in der zweiten Bundesliga gemacht, 30 Tore erzielt. Ja, von der Quote in der zweiten Liga kann natürlich Terodde diese Saison nur träumen. Meiner Meinung nach liegt der Grund aber auf der Hand. Er wird halt viel zu wenig gefüttert und jeder Stürmer hätte in unserem Spiel Probleme, Tore zu machen. Ich finde, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Auch deswegen glaube ich auf jeden Fall an seine Qualität, die Schalke auch über den Sommer hinaus gut zu Gesicht stehen würde. Und deswegen ist eine Vertragsverlängerung auch nochmal gut vorstellbar. Bei einem Abstieg wäre er sicherlich erneut ein wichtiger Faktor. Dann wäre er eben 35 Jahre alt, immer noch mehr als gut genug für die zweite Liga. Und sollte man den Klassenerhalt feiern können, dann ist es immer noch ein Neuner, den du gebrauchen kannst, den du immer wieder reinschmeißen kannst und ein erfahrener Hund, der natürlich auch Bock hat für Schalke zu spielen, so wie es letzten Wochen und Monate auch rübergekommen ist. Deswegen kann ich mir bei ihm auf jeden Fall am ehesten von den neun endenden Verträgen eine Verlängerung vorstellen. Kommen wir zum Fazit unserer Vertragsanalyse bei Schalke. Man könnte mal wieder sagen, nach dem Umbruch ist vor dem Umbruch ein Satz, der im letzten Sommer schon fiel und nächstes Jahr wieder fallen könnte. Weil wir auch schon sehen, dass da einiges passieren kann, was nur die Verträge angeht, die auslaufen. Du kannst ja auch noch weitere Spieler abgeben, logischerweise. Beiden endenden Verträgen fällt sicherlich auf. Es hängt auch einfach viel vom sportlichen Erfolg ab. Wobei bei den Leihspielern Vandenberg, Schwole und Kral Abgänge halt schon auch am wahrscheinlichsten sind. Die Routiniers aus der Aufstiegssaison, Terodde, Drexler und Kaminski können es auch ein bisschen selber beeinflussen. Zeigen sie Leistung, dann sind Verlängerungen sehr, sehr gut vorstellbar, um dann eben natürlich auch ein weiteres solides Fundament in der Mannschaft zu haben. Und jetzt seid zu guter Letztin auch ihr gefragt, welche Verträge würdet ihr auf Schalke verlängern und auf welchen Verein sollen wir in diesem Format nochmal schauen. Schreibt das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Schreibt das mal gerne in die Kommentare und schreibt das mal gerne in die Kommentare. Schreibt das mal gerne in die Kommentare.